Kärcher LMO 18-33 Der Kärcher hat ein 2-in-1-Mähsystem. Er kann das geschnittene Gras entweder in einen Grasfangkorb sammeln oder als natürliches Dünger auf den Rasen verteilen. Der Mäher von Kärcher ist mit einem 18 Volt starken Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Er mäht mit einer vollen Akkuladung eine Fläche von maximal 250 Quadratmetern. Die Schneidemesser können auf 4 unterschiedliche Schnitthöhen in einem Bereich zwischen 35 und 65 mm verstellt werden. Das mitgelieferte Messer garantiert eine Schnitthöhe von 33 cm. Der Akku-Rasenmäher hat einen höhenverstellbaren Führungsgriff, der eine einfache Bedienung ermöglichen soll. Der Fangkorb fasst ca. 35 Liter. Das Modell ist mit der Schutzart IPX5 vor Strahlwasser geschützt. Der Prozessor-gesteuerte und automatische Lagermodus soll die Lebensdauer des Geräts verlängern. Ein LCD informiert über den aktuellen Ladestand des Rasenmähers. Das Mähdeck-Design und die Rasenkämme sollen einen sauberen Schnitt bis zur Rasenkante ermöglichen und manuelles Nachschneiden unnötig machen. Das Gewicht wird mit 11,3 kg angegeben. Das Gewicht wird mit 11,3 kg angegeben.